Ja, da oben erwartet Trinity. Na hallo? Herzlich willkommen. Ah, alter, das war letztens eine richtig schwere Geburt. Okay, mir da noch eine Runde, wenn ich bis... Lol, bewegst dich von alleine. Du bist Trinity. Aha. IC war Trinity in der Mitte. IC war die Begründung. Sieht aber traurig aus. Aber wenn Trinity nicht will? Nö. Doch, wenn Trinity mir hilft. Ganz einfach. Oi. Äh, was? Was, äh? Kann Trinity mir nicht helfen? Ich weiß nicht, dass ich meine Sprache nicht verstanden habe. Ich will sie nicht verletzen. Nein. Nein. Ich zerstöre keinen Hilflosen. Also. Wenn sie mich angreift? Nein. Ich weiß nicht, dass ich sie nicht verletzen. Ja, das ist, wenn ich sie nicht verletzen habe. Wenn sie mich nicht verletzen, wenn sie sich nicht verletzen, wenn sie nicht verletzen, ist, dass sie nicht verletzen? Okay, was sie nicht verletzen? Ich kann das Ding nicht töten. Ich weiß nicht, dass ich keinen Gewinn bin. Ich weiß nicht, dass ich mich glücklich habe. Ich kann das Wort. Ich kann das Wort. Ich weiß nicht, dass ich nichts will. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann das Wort. Ich kann das Wort sagen. Ich kann mich nicht mehr überwinden. Wer ist das jetzt für ein Bus? Was ist das? Okay, ja klar, wir haben uns ganz kurz angeschaut und gesehen und dann gesagt, aha, gut, so ist es. Ich kämpfe für keinen Unschuldigen, der nicht willend ist, zu kämpfen. Das ist doch langweilig. Final Point, aha, okay, it's open. Und hier weitet Judas auf uns. Aber du hast gesagt, wir können nicht weiter, wenn wir nicht sehen, jetzt. Ja, gut. Er ist ja der Hacker. Hä? Bist du bereit? Ja, nein. Was würde ich nein sagen? Passiert was? Punkt, Punkt, Punkt. Was sagst du? Jetzt bin ich bereit. Dich? Jetzt will ich wieder nein sagen. Darf ich gegen dich kämpfen? Warum? Warum hast du nicht bereitgestellt? Du hast es hier und bist mir... ...und ich... 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 ...und ich bin... ...und ich trouve mal... ...und ich hier gerne playing... ...warte gursch... ...und ich gehört... Ja. Ja. Ja, zweimal auf den falschen Knopf zu drücken, ist auch ein Talent. Gleich explodiert er richtig hart. Ich verstehe! Ich will nur sehen, dass ich nur die Situation zu sehen. Heute ist das nicht offensichtlich. Es gibt auch keine Bonustage! Was ist das denn? Was ist das, dass ich so lustig bin? Genau. Ich verstehe gut. Was ist das? Ich will nur wissen, was passiert. Du bist so lustig! Ich habe keine Angst. Wenn du mich so lustig bist, dann ist das letzte Wahl! Ich bin ein Teil der Wahl! Ich bin ein Teil der Wahl! Ich bin ein Teil der Wahl. Ich bin ein Teil der Wahl. Sehr lustig. Darf ich bei uns gleichzeitig drücken? Da ist nichts. Er weiß Bescheid. Darf ich beides gleichzeitig drücken? Ist das dann richtig? Ja, ich habe noch ein paar Worte, was mir das. Man kann sich das tun und überrasch Firma schon in uns fragen. Du solltest das? Das ist eine Frage, wenn ich es nicht so schlimm. Das ist ein Foto. Ich bin dabei, den Sie zu sorgen, und Sie sind zu zeigen! Im Moment, ich habe mich nicht so deutlich, dass du nicht für eine Worte zuahlen! Entschuldigung! Du bist auch nichts. Hä? Ich darf auch nichts zurück, weil das ist genau das Gleiche. Und das hat an mir genau zwei gleiche Antwortmöglichkeiten. Darf ich denn beides gleichzeitig drücken oder nichts? Ziemlich die große Frage. Ich darf nicht zurück. Ah, Mist. Darf ich den Fernseher aufschalten? Nö. Ich rück mir beides gleichzeitig. Ja. Dankeschön. Also falls ihr da eine andere Möglichkeit wisst, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Hä? Der ist gut. Das war echt gut. Zen-Buy. Sehr schön wie hier. Das ist der... Letzter Kampf... Gegen... Judas. So eine Spinne. Omega Bot. Fünf Lebenspunkte. Oh nein, nicht die Viecher. Diese Fusion aus allen Monstern? Anscheinend. Oh nein, nicht die Lasern und die machen so viel Damage. Ich bin wieder von vorne. Ich bin wieder von vorne. Oh, komm. Jetzt bin ich extra gestorben. Jetzt bin ich bereit. Bin ich bereit? Bin ich bereit? Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. lig... Judas ist stark. Ähm. Hoost. Judas Ah, ich muss da in der Mitte bleiben Ja, die Kleinen sind wieder nur dazu da, um Lebensmute zu kriegen Wo bin ich? Da bin ich Und Energie Ach, da ist so ein Viech da oben Das ist, glaube ich, der Judas Ein Stück davon kaputt Wo bin ich? Da bin ich Ah, schade Ist schon creepy Ah, Mist Hä, ich brauche ein Bonus Ja, laber nicht so viel Ich höre dir jetzt zum 13. Mal Lass mich ihn jetzt fertig machen Der ist wirklich sehr, sehr schwer Echt zu sein Noch die Kleinfiecher Nice, danke schön Hä, Main Menu Was passiert, wenn ich da jetzt hingehe? Bin ich wieder zurück Ich weiß, ob ich schon bereit bin Keine Ahnung Room of Fate Kann ich jetzt immer hin Es ist sehr gut T-Ex-Experiments Ah, schade, dass wir nicht direkt wie in den Bus kämpfen können Jedes Mal Ihn zuhören ist ein bisschen ätzend Ich kriege nicht zumindest ein bisschen Geld Muss ich Geld fahren Jo Äh, sonst wirst du wirklich ein bisschen Geld fahren Aber ich glaube, das ist eher meine Technik Die ich noch lernen muss Oh, nee Die Streuer haben mich alle erwischt Jo Wenn du das machst, musst du hier in der Mitte bleiben Eigentlich komplett in der Mitte Genau in der Mitte von seinem Kern Weil genau dort kann er mich nicht treffen Ich könnte natürlich Nee, das mach ich nicht Das mach ich nicht Also theoretisch könnte ich ja den Sheet-Modus holen Und den aber nicht benutzen Und dann warten, bis ich wieder hier bin Und den hier benutzen Den Sheet-Modus Aber nee Das war viel, viel zu cheesy Komm schon Mann, ich drück manchmal weh, aber es kommt nichts Ja Diese Grabber-Viecher Immer dran Ja, Aishi, Aishi, Aishi Ich bin hier Weil ist so Da wie die nicht ausstellen oder so Ich bin bereit Wieder Zeit Ich kann es ja nochmal versuchen Den Sheet-Modus Einfach mal so Mal bis hier hin Oh Gott Wenn es geht Autsch Gut, hier geht es ja auch Das ist eigentlich Nicht unmöglich Und dann erst mit fetten Schaden abkriegen Schade Auf jeden Fall mehr als vorher Bla, 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 bla Auf jeden Fall Wenn wir den Boss Immer aufsorgen Haben wir wieder Voll-Lebens-Punkte Das heißt Wenn wir es schaffen Pro-Lebens-Punkt Voll-Lebens-Punkte zu kriegen Dann könnten wir es Vielleicht noch schaffen Boah, weil die Cheesy-Modus Nicht zu versuchen Juraas 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 Oh, nicht gut Muss das sein Ah, Mist Keine gute Runde Keine Bs dabei Ich muss einfach Hintergrunds angreifen Wenn Bs erscheinen Aber ich kann es Leider nicht Hundertprozentig steuern Akuma Da war Da war Da war Da war Ich muss wirklich sagen Dass wir Ah, ich weiß nicht Cheesy-Minute Versuchen Nein Da war glaube ich ein B Habe ich aber nicht gesehen Wegen Zeitlupe Also wegen Zeitlupe Weiß ich, dass das ein B war Komm schon Hä, wir müssen das anders machen Das kriegen wir nicht hin Niemals Wir müssen das so richtig Perfekt machen Das ist ja richtig übel Wo war das denn Wo war das denn War das ein Eingang Könnten wir hier Ja Bis dahin Oh Gott Ja Wir versuchen es mal Wir müssen wieder die Viecher besiegen Er ist ätzend Ich hab ja sehr gut Ich hoffe es funktioniert Das sind Lebenspunkte No No Wenn ich nur wüsste Wie ich nochmal die Ultra-Attacke mache Wie ich jetzt Ich bin Ich bin Nein Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin So, nein, 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 nein. Aber komm, ich will erst mal so viel damage fressen. So, weg mit dir. Ja, ich fahre noch. Ich fliege auch direkt da rein. GG. So, schnell rechts. Ich muss nicht nach oben hin. Ich müsste nur unten das Ding schaffen. Aber dann muss ich sowieso nach oben. Das ist so, äh, äh. Ich muss es schaffen. Oh Gott. Ich muss es tatsächlich schaffen. Weißt du, ob das funktioniert oder ob wir die Fliehigkeit behalten? Ach, das. Das ist nicht so. Ich bin 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 so. Ah, wie die mich greif. Messe ätzend. Hä? Ich dachte, das muss ich nicht machen. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ich will nur wissen, wie das so ist. Dann denke ich auch, dass es gute Zeitpunkt ist, die Folge zu beenden. Oh Gott. Ich habe nichts gekriegt. Schade. Aber hier habe ich was gekriegt. Habe ich da nicht biege schon gedrückt? Was? Was? Wow. 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 Okay, mehr Lebenspunkte. Das reicht. Ich hoffe. Wenn ich Pech habe, werde ich sowieso verliehen, auch wenn ich Voll-Lebenspunkte kriege. Oder habe. Von dem ist es eigentlich relativ egal. Das Ding ist nur, ich muss nur... ...bisschen Glück haben, damit die Bs auftauchen. Wegen Lebenspunkte und wegen Damage. Mein Schild. Ah, wie er mich einfach werben kann. Nice. Ein Gesicht. Perfekt. In the Web. Ah, jetzt habe ich nichts gemacht. Alter. LOL. Das hat mich so irritiert. Warum hat er mich nie getroffen? Ich hasse es. Wenn ich mich treffen sollte, mich nicht trifft. Das irritiert so sehr. So. Wie mache ich jetzt nochmal... Ach so. Gut, ich glaube, es war... Alles klar. Jetzt bin ich nach unten. Den Schieße-Modus behalte ich nicht, wenn ich jetzt... Den Gebiet hier wechsle. Hallo, Dabi, runter. Ich habe ihn schon gesehen. Der macht mir Angst. Da wäre jetzt noch unten. Dann... Ah, jetzt. Jetzt. Jetzt, sieh. Nur mal zwei. Jetzt bin ich zum zweiten Mal hier. Ja, 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 ja. Jetzt gehe ich hier weg. Darf ich nicht. Congratulations. Ja, ich will raus. Ich will zu Judas und ihn one-shotten. Darf ich das? Ja, aber man muss noch nicht zurück, weil ich das nicht behalte. Was, wenn ich dich hier gleich ohne? Damage von dem Besiegel. Ich heil mich ja minimal, wenn ich stehen bleibe. Wow. Bleibe ich hier? Nö. War ja klar. Das ist ja enttäuschend. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir versuchen, die Cheesy-Belode zu benutzen. Was passiert, wenn ich die Monster ohne zu schicken besiege, ob ich den Skill behalte und dann vernichtet werde von dem oder nicht. Mal schauen. Bis denn, Leute. Ich bin sehr gespannt. Deutsche振ge. Bis zum nächsten Mal.